Der Skin Taktik von Alice aus Call of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Handschuhe Oakley SI Lightweight in Khaki Hose 5'11 Apex in Pencott SS Schuhe Mehrzweckstiefel in Schwarz Rucksack Hilfsrucksack in Khaki Oberteile Tanktop in Schwarz Aufnäher 5'11 USA Colored Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.